Aber guck mal, wieso senden euch denn Jungs immer so Pimmel-Videos? Da hab ich geil bin! Ja, moi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Julien Entertainment und ja Leute, ich war nochmal abends unterwegs auf OME TV. Leute, ich hab glaube ich gefühlte anderthalb Stunden aufgenommen. Es war wirklich schwierig, Leute. Ein paar special Jazz haben wir getroffen und zwar den Hoji Kapun. Kennen viele von TikTok, Leute. Habt ein bisschen Realtalk mit dir gesprochen, habt das mal so ein bisschen eingeschnitten. Nicht too much. Leute, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Du bist denn drauf? Ja. Geile Maske hast du an, hör mal. Ja, danke. Aber du kriegst gar keine Luft da drunter, oder? Nee, nicht viel. Pass auf, ich erlöse dich von dem Bösen. Du hast Nanoleafs im Hintergrund, du bist bestimmt ein Streamer oder sowas. Ja, YouTuber bin ich. Oh. Oh. Und, geht's gut? Äh, eigentlich so weit, ne? Und selbst? Ja, noch schon, hör mal. Hab ja noch nicht so viele Schwänze gesehen, ne? Echt? Du auch? Ja. Was machst du denn hier? Äh, ja, die Frage geb ich zurück. Ist doch lustige Momente, die ich für mein Video aufnehmen kann. Ähm, darf ich fragen, äh, machst du nur so Content, oder machst du auch was anderes? Ähm, Videos mache ich im Moment nur sowas, aber ich streame in letzter Zeit viel Fallgeist. Oh. Oh. Aber nur an der PC, nicht an der Playsee. Ja, nee, um Gottes Willen. Playstation ist, äh. Spielst du das auch? Theoretisch, ja, praktisch, äh, drei Spiele gespielt, äh, ja. Ist nicht deins, oder was? Nicht unbedingt. Warum denn nicht? Also, 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 mit ein paar Kollegen im Discord oder Teamspeak chillen und das zocken, ja, von mir aus, aber alleine hab ich da keine Lust drauf. Ja. Two thousand years later. Naja, aber es sah gerade echt ein bisschen so aus, das wollte ich mir mal gekauft haben. Es gibt so einen, äh, Elgar. Warum? Moment. Was ist mit deinem Spider-Man da hinten los? Was denn? Der ist gerade auf und ab. Hä? Ja. Der Spider-Man ist gerade hoch und runter. Der, der, der ist gerade hochgefahren und wieder runter. Das hätte ich noch gesehen, ist wieder auf. Äh, warte. Ich kann es hier zeigen. Ich kann es dir zeigen, warte mal. Ähm, bleibst du kurz dran, während, äh, das Video kurz im Hintergrund rendert? Mal es. Ja gut, perfekt. Aber... Jetzt hast du es gesehen. Jetzt hast du es gesehen. Ach... Alter, bleibst du... Hä, was? Moment, jetzt bin ich ver... Da habe ich dich doch glatt ein bisschen Hops genommen, oder? Also, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Abend. War nett, ich kenne es, Jan. War sehr sympathisch. Ja, definitiv. Kann ich nur so zurückgeben. Danke dir. Und ich gucke am Freitag das Video. Guck gerne rein. Mach's gut, ja? Ciao, ciao. Hallo. Endlich mal normale Leute hier, hört mal. Unglaublich. YouTuber, du bist YouTuber. Ja, bin ich. Guck mal, deine Freunde wollten mich direkt wegklicken. Hast du gesehen, wie arrogant die ist? Machst du da ein Video? Sicher. Hör mal hier, hör mal ganz kurz NoFront an deine Freundin mit dem grauen Hoodie. Kennt ihr diesen TikTok-Filter, wo man so einen ganz breiten Mund hat, so? Achso, das ist jetzt halt... Es sieht ein bisschen so aus, als würde man diesen Filter gerade an dir anwenden. Mann, ihr seid alle voll gemeint zu mir. Das ist aber wirklich so. Ich sag dir, meine Fans, die würden sagen, das stimmt. Oder die würden vielleicht fragen, Julien, wieso hast du den Filter wieder angemacht? Was ist denn da los? Mann, Mann, Mann. Nee, ich mach nur Spaß. Bitte? Achso. Hab ich doch gerade gesagt. Ich bin hier nie privat. Wenn ihr mich nochmal sehen solltet, bin ich hier nicht privat. Hat deine Freundin denn die Weißerzähne rausbekommen? Oder wieso ist der Mund so aufgeblasen? Welche? Was ist denn mit euch? Nee, guck mal, wenn du wirklich so guckst, guck mich mal an. Ganz kurz. Guck mich mal an und mach mal jetzt so. Mach mal kurz. Einfach so. So breit, wie es geht. Von alleine. Boah, das sieht so aus mit diesen Filtern. Ja, wie bei TikTok. Was macht ihr denn hier überhaupt auf der Plattform? Und wehe, ihr sagt mir, ihr habt Langeweile. Flipp ich aus. Ja, Langeweile. Na, hör mal. Was ist denn hier los? Ja, hör mal. Das scheppert. Ja, gleich scheppert hier. Mann, Mann, Mann. Ich klatsch mal hier in die Hände. Was ist denn hier los? Hört mal. Mann, Mann, Mann hier. Könntest du das eigentlich alles tun? Nein. Hä? Was? Sprachenlernen Bubble. Geh nicht dran. Geh nicht dran. Wer hat angerufen? Mich hat gerade so ein Typ angerufen, hat mir seinen Schwanz gezeigt. Nein. Wo leben wir? Doch, wo leben wir denn hier? Menschlich gesenkt, sämlich abstoßen. Wo sind wir? Aber war der so oder war der so? Geile Banane, ne? Das ist ein Abdruck, ne? Wisst ihr, wovon das ein Abdruck ist? Von Dein. Nee, von der Banane. Ist ja logisch. Ist doch eine Banane. Oh, keine Echte. Ein Abdruck. Ein Abdruck, Mann, ja. Sie sind geistig behindert. Manche Leute... Mann, Mann, Mann. Ich rufe schon wieder an. Recht damit. Ja. Macht der gerade so? Der dich gerade anruft. Ja. Macht der so? Ja. Nice. Hör mal. Nimm doch mal jetzt die Hand da runter hier. Mach dir heiß, kalt. Ja, ja. Was ist denn da los? Ich seh das halt da, ne? Was ist die? Ich seh das halt da, den kleinen Fenster. Mach doch weg damit. Wie wollt ihr wollen? Guck mal, wieso senden euch denn Jungs immer so Pimmelvideos? Na, weil ich geil bin. Spaß. Nö mal, das hättest du nicht sagen sollen. Weißt du, wie das Video jetzt anfängt? Das Video fängt jetzt an in diesem Video. Leonie und TikTok-Fresse. Ich wünsche euch hiermit noch einen wunderschönen Abend. Ich heiße Emelie. Wie heißt du? April? Emelie. Alles klar. Leonie, Emelie. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Mach jetzt mal weiter. Emelie. Und nicht so viele Schwänze gucken, ja? Wie online? Am Freitag. Scheiße, so lange. Ja, hör mal. Ich mache zwei Videos die Woche. Ich bin Vollzeit angestellt. Ich habe eine Freundin. Ich gehe kacken. Ich habe keine Zeit, um jeden Tag Video zu bringen. Ja, und Leonie geht sich erst mal rasieren, Rune. Alles klar. Leonie rasiert sich erst mal auf Ehre. Gut denn. Macht's gut, ja? Tschüss. Hör mal. Wie nett bist du denn heute? You're welcome. Nein. Nein. Wie geht's dir, mein Freund? Was geht? Warte, ich muss kurz die Musik rausmachen. Ich habe Musik im Hintergrund abgelaufen. Äh, was geht? Ja, sick, hör mal. Hör mal. Direkt mal TikTok-Thema hier, ganz kurz. Ja. Ich bin ja jetzt auch in so einer Facebook-Gruppe drin und da reden immer mehr von diesen, von diesen Shadow-Ban oder sowas. Also die haben das Gefühl, die hätten einen Shadow-Ban, weil die haben, die meinten halt, die machen auch eigentlich immer so 20, 30k-Aufrufe normalerweise. Ja. Und jetzt seit, seit zwei, drei Wochen, genau wie bei mir seit zwei, drei Wochen, nur 200, 300, ganz, ich bin nicht der Einzige, wirklich. Ich habe erst gedacht, das liegt, weil manchmal habe ich das so gedacht. Bist du schon über 10.000 Abonnenten? Nee, 7.000 knapp, habe ich. Okay, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, also eigentlich ist das bei den Leuten, die über 10.000 haben, ich weiß nicht, hast du schon was davon gehört von diesem TikTok-Creator-Fonds? Nee, habe ich noch nicht gehört. Okay, pass auf, also ich bekomme die ganze Zeit Geld von TikTok. Ja. So, und, ähm, also seitdem ich dabei getreten bin, das ist seit dem 1.9., muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vielleicht so, ich sage mal so in 7er, 8er Schritten, also jedes 7.8. Video geht bei mir immer viral. Also weniger als sonst, meinst du? 200.000, 400.000, ansonsten jetzt so in den letzten paar Tagen. Ja, ich habe bei dir geguckt, 4.000, 5.000, nee, 5.000, 10.000, was war das, 50.000? Nee. Das von vorhin, meinst du? Nee, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal bei dir nochmal reingeguckt, doch vorgestern Abend oder so. Dadurch gesehen, dass die letzten drei hatten auch viele Aufrufe, aber nicht so wie sonst. Ja gut, dann waren die aber gerade erst mal nur 2, 3 Stunden online. Ja okay, das kann sein, das weiß ich nicht. Also die haben bei mir so 5, 6, 7.000 in ein paar Stunden, also jetzt zum Beispiel das letzte. Pass auf, ich habe eins vor 7 Stunden hochgeladen. 3.000, das ist bei 30.000, das war gegen, weiß ich nicht, 6, 18, 17, irgendwo da so die Ecke in die Uhrzeit. 30.000, so und selbst, also eigentlich ist das Standard, dass das so in 4, 5, 6 Stunden so bei 30.000 ist. So war bei mir kontinuierlich eine Zeit lang. Hör mal, war nice dich zu sehen, danke fürs Gespräch. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Vito gleichfalls, aber diese ganzen privaten Sachen nicht auf meinen Stellen. Nein, mach ich nicht, alles gut, mach ich nicht. Alles klar, mach's gut, ja. Ciao. Diggi, auch rein, ciao, ciao, bis demnächst. Leute, wenn euch dieses Video hier an dieser Stelle gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, schreibt auf jeden Fall mal einen Kommentar. Am besten jeder Zehnte, die dieses Video hier sieht, wäre ein Traum. Ach ja, apropos, 45% von euch haben mich noch nicht abonniert, die meine Videos gucken. Ist ein guter Schnitt, muss ich sagen. Aber trotzdem, Leute, lasst mir gerne noch mal ein Abo da, ich würde mich freuen. Leute, wünsche ich euch hiermit ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Dimit Entertainment. Ciao.